Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Namen des Vorstandes von Lesezeichen grüße ich Sie und habe, griffbereit, ein Schlusswort als Großwort für diese vorübergehend unverfügbaren 23. Thüringer Literaturtage. Nehmen Sie sich Ihre verführerisch verfügbare Zeit, um sich jenen Ideen und Gedanken der Künstlerinnen und Denkerinnen dieser Literaturtage großmütig prüfend, gelassen, vielleicht furchtig anzuschließen oder zu widersprechen. Denn die 23. Thüringer Literaturtage sind nun doch verfügbar und für lange Zeit im World Wide Web präsent. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bleiben Sie uns gewogen, empfehlen Sie uns weiter und lassen Sie mich mit einem Zitat von Hegel schließen. Der praktische Geist hat nicht nur Ideen, sondern ist die lebendige Idee selbst. Er ist der sich aus sich selbst bestimmende und seinen Bestimmungen äußerliche Realität gebende Geist. Vielen Dank. Vielen Dank.